Der ist low Jo Leute was geht an Euer Vietz heißt es euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video Es gibt mal wieder richtiges PvP auf gommad.net Und wir haben heute mal wieder eine neue Quick Challenge am Start Die Map ist vollkommen Wayne Wir müssen raten was in den Kisten ist Und erst dann dürfen wir diese Sache aus der Kiste rausnehmen Das Ding ist die Challenge gab es schon ganz 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 damals Einmal bei Ungespielt zum Beispiel Und Moment Steinschwert Ach schade Und ja der hat aber in Ender Games gemacht Und ich dachte mir okay ich hatte diese Quick Challenge noch nicht Und deswegen habe ich gesagt okay mache ich die mal probiere ich die mal Ist jetzt ja die Idee habe ich davon gebe ich ja ehrlich zu Und ja macht die Kiste auf ohne zu raten Vietz Okay Steinschwert Nein leckt mich am Arsch Ich traue mich nichts anderes zu sagen Leute Aber die Challenge geht halt einfach so Holzschwert Ja wir dürfen jetzt Ähm die Kiste looten Und eigentlich war das immer so bei allen Dass dann nur wirklich die Sachen Oh mein Gott da liegen Sachen auf dem Boden Ja dass dann nur die also dass dann die ganze Kiste gelootet werden darf Aber ich mache es mal so Dass ich halt wirklich nur die Sache rausnehmen darf Die ich dann noch geraten habe So ich sag mal jetzt einfach Steinschwert Und es ist ein Steinschwert drin Jawohl So jetzt brauche ich zum Beispiel Rüstung Jetzt rate ich auf jeden Fall die ganze Zeit auf eine Eisen-Chessplate Schade da ist nichts mehr drin Wir haben gar keine Rüstung Außer diese eine äh Außer das paar Schuhe das wir gefunden haben Eisen äh Chestplate Auch nichts okay Ich mache die ganze Zeit Eisen-Chessplate Ja Oh mein Gott Was für Lackern wir sind Leute Was für Lackern wir sind Wahrscheinlich ist es einfach so nachkommentiert Oh mein Okay komm da können wir jetzt Im ersten Mal direkt holen Alter 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 Was ist das für Schaden wir kassieren Äh wir müssen aufpassen Ich weiß nicht ich will aber irgendjemanden holen Alter Fuck Nein Arno ist eine neue Map Die habe ich noch gar nicht gespielt Ich bin jetzt übrigens aus dem Urlaub gekommen Und habe jetzt das gestrige Video dann schon vor paar Tagen aufgenommen Und jetzt das erste Mal spiele ich wirklich wieder Minecraft PvP Steinschwert Nein Schade okay So oder wir fangen direkt mal mit Rüstung an Vielleicht ist es besser Eigentlich können wir ja nie wissen was da drin ist Eisen-Chessplate Nein da war ein Steinschwert drin Oh mein Gott Jetzt muss ich hier aber weg Oh nein Oh nein Oh nein So nochmal Arno Und ich sehe es schon kaum Leute Die Challenge wird richtig hart Es sind einfach Chests die uns verboten sind zu looten Okay Ja wieso mache ich die Kiste auf ohne zu raten Alter Was ist Ich muss jetzt langsam mal irgendwie Ein bisschen Konzentration zeigen Hau ab So Und Jetzt kommen von allen Seiten wieder irgendwelche Alles klar Ich habe ja so viel Sachen Alter Es lohnt sich ja auch richtig mich zu töten mein Freund Was soll ich da machen Leute in der ersten Kiste Ich bin mir sehr sicher Da ist ein Steinschwert drin Und es ist ein Holzschwert Leckt mich am Arsch Holzschwert Ja Holzschwert durfte ich rausnehmen Und jetzt können wir den ersten killen Und haben immerhin schon mal ein bisschen Rüstung Jawohl Alter Sehr sehr nice Und äh Eisenschessplate Schade da war nur ein Pfeil drin Äh Eisenschessplate Eisenschessplate Mann Moment Moment der auch Der hat guten Stuff jetzt mittlerweile Scheiße was soll ich machen Ich gehe einfach auf den Eisenschessplate Nein Okay der hat Eisenschessplate Okay die können wir uns gönnen Oder Er ist von dem Doll Mann Nach ich war jetzt die Hits einfach so komisch aber Och man wieso öffne ich schon wieder die Kiste Eisenschessplate Ja Oh fuck Damn Okay Steinschwert Nein schade da war nichts drin Okay Hau ab Steinschwert Nein Holzschwert Okay nice Jetzt haben wir ein Schwert Und jetzt gehe ich mit dem Eisenschwert natürlich Jawohl Wir haben ein Eisenschwert, Leute. Okay, die Runde jetzt kann laufen. Trigelämmele, temmele. So heißt der. Oh, scheiße. Ja, komm. Ja, 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 den haben wir. Und Moment. Alter, der ist One-Hit, der da vorne. Komm. Stirb. Oh, der sieht mich nicht. Nice. Und der. Ja, den haben wir auch. Oh mein Gott. Der ist One-Hit, Leute. Komm, komm, komm. Der ist One-Hit. Ja. Oh mein Gott. Die Runde läuft. Die Runde läuft. Zack. Wir ziehen uns jetzt erstmal alles an. Leute, was ist denn mit der Runde los? Die läuft ja richtig gut. Zwei. Ne, doch. Zwei andere nur noch. Oh, shit. Und wir haben ein Eis. Okay. Das muss jetzt laufen, Leute. Das muss jetzt laufen. So. Hau ab. Mein Freund. Geh da in die Ecke. Genau. Genau so. Ich hab Minecraft-Spielen nicht verlernt. So viel kann ich sagen. So, und jetzt ist wirklich nur noch der letzte da. Okay. Den versuche ich mir jetzt natürlich zu holen. Ey, und wenn wir das schaffen, haben wir die Challenge ja richtig früh geschafft. So früh habe ich noch nie eine Challenge geschafft. Oh mein Gott. Der hat aber nichts an Sachen. Oh, shit. Wir haben die Challenge gewonnen. Damit es jetzt nicht zu langweilig wird, Leute. Habe ich mir nur eine zweite Challenge ausgedacht. Beziehungsweise habe die mal ein paar Kommentare gefunden. Und zwar darf ich bis zum Deathmatch, stand eigentlich im Kommentar. Aber nein, ich mache einfach gar nicht Essen. Ich esse einfach gar nicht in der Runde. Und vor allem, wenn die Runde jetzt so startet, wie sie gerade gestartet ist, läuft es auf jeden Fall richtig gut bei mir. Ein Eisen. What the fuck. Mann. Ich habe wieder so viel Glück, ne? Das wäre eine harte Challenge, weil wir reggen jetzt gar nicht mehr. Ja, okay, nice. Oh, shit. Jawohl, die Kiste war nice. Die Kiste war sehr, sehr nice. Und jetzt kann ich kämpfen. Jetzt kann ich endlich kämpfen. Alter. Mann. Wir müssen aufpassen, dass wir wirklich nicht zu viel Hungerkeulen verlieren, weil ich will die Runde nicht so langweilig spielen, sondern ich will wirklich auch, ja, gewinnen und mit vielen Kills gewinnen. Gewinnen muss ich ja sowieso für die Challenge, aber ich will mit vielen Kills gewinnen. Und das wäre jetzt nicht so schön, wenn das dann so eine langweilige Runde wird, wo ich dann einfach nur die ganze Zeit in der Ecke chille und dann den Last Hit mache oder so und dann die Runde gewinne. Wir kriegen durch Kills jetzt zum Glück immer noch Regeneration, das ist gut. So, Moment. Den will ich mir jetzt holen. Oh, fuck. Komm, komm, komm. Komm, du bist low. Ja. Oh, shit, den haben wir. Sehr schön. Wir regenerieren aber ab diesem Zeitpunkt jetzt fast gar nicht mehr, deswegen wird das schwierig, Leute. Es wird richtig schwierig. Oh, shit, er läuft weg, er läuft weg, aber ich bin an seinen Fersen. Oh, nee, dann hole ich mir den lieber. Oh, der will abstauben. Ist klar, ist klar, mein Freund. Diese Leute kenne ich, die kenne ich. So, du musst sterben oder stirbst du? Ich weiß es nicht. Ist er low? Der rennt so weg, keine Ahnung. Also kommt mir so vor, als wäre er low. Komm. Komm, komm. Ja, Mann. Hu, hu. Jetzt muss ich mir hier die Kills snacken. Komm. Okay, der ist low. Auf jeden Fall ist er low. Komm. Komm. Ja, Mann, wir haben wieder die Regeneration. Wir haben hier schöne Rüstung und eine Waffe gefunden. Und jetzt holen wir uns den hier. Oh, ja. Drop dein Schwert ist eine gute Idee, um einen Kampf zu gehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mein Haus, Leute. in den Chat geschrieben hast. Aber es war nichts, was ich entziffern konnte. So. Weg hier. Oh, der ist low. 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 Hu, 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 hu. Ja, Mann. Ich warte aufs Deathmatch, glaube ich, Leute. Leute, wir werden TP'd. Und es leben noch beide. Genau. Okay, es leben wirklich noch beide. So. Aber keiner von ihnen hat eine Dia-Chessplay. Okay. Ich auch nicht. Das wusste ich jetzt nicht. Ich hatte mit Besserem gerechnet. Komm. 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 Jawohl. Der hat kassiert. Auf jeden Fall. Ich muss sie bekommen. Lauf nach rechts. Lauf hier hin, bitte. Ja. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Komm. Oh, nicht getroffen. Oh, jawohl. Komm. Ich glaube, das wird was. Komm durchs TNT. Nein. Aber so. Ja, komm. Nein. 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 Ich komme nicht drauf klar. Wie habe ich das verloren? Noch nie ist mir so was komisches passiert. Naja, da machst du nichts, Leute. Alter, da machst du nichts, Leute. Irgendwie ist alles komisch. Komm. Die Chessplay will ich. Komm. Die Chessplay will ich. Wenn ich sage, die will ich, dann hast du sie mir zu geben. Okay, komm. Komm. Du bist jetzt auch dran. Oh mein Gott. Jawohl. Da ist der Nächste. Oh, da ist TNT. Komm. Dich holen wir uns. Komm. Komm, 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 komm. Alter, wieso stirbst du nicht? Jawohl. Du bist down und du auch. Jetzt aber. Jahu. Nächster down, Leute. Wunderbar. Alter, wenn ich jetzt direkt nach dieser Todesopferrunde von vorhin hier die Challenge schaffe, ne? Direkt in der anschließenden Runde. Dann bin ich ja richtig. Ah. Nein. Ja. Das war der Letzte. Ich hab gewonnen, ohne was zu essen. Ja. Huh. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video morgen wieder. Daumen nach oben. Nicht vergessen. Checkt die Links in der Beschreibung ab. Ciao. Euer Beatz.